hallo ich bin wieder da ich habe jetzt die anvisierung auf eine andere taste gelegt einfach damit es besser ist ja hierhin kommen wir scheinbar am ende wieder hin und bis dahin ja keine ahnung was ist eigentlich unsere aufgabe meine aufgabe gut weg berühren wer zum teufel wenn ihr das ist anderer es ist die gespont oder was a ich glaube kommt der denn her ich glaube das spiel ist nicht ganz auspoliert was hier das kämpfen und so angeht die sind ja wirklich alle wieder da das heißt ich kann farmen oder was ich verstehe nicht was ein bisschen blutflecken auf sich hat naja kam er hier kam er hier komm an komm an da 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 a da 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 going Oh, come on, come on, come on, oh, I don't know. Ach, sind hier Leute gestorben? Ist es das vielleicht? Okay, also. Oh, hier gibt es ja was. Cool. Äh, ich regeneriere nochmal und dann sind die alle wieder aufgetaucht. Hä? Na ja, okay. Okay. Wie komme ich da hoch? Ah, ich hätte springen müssen. Okay. Mein Fehler? Ja, das war ein Sturzangriff. Oh. Voll cool. Wer zum Teufel? Alles klar. Gut. Das wären die Typen nochmal gewesen. Äh. Ja. Das Spiel ist etwas hakelig. So, ich versuche es nochmal. Hä? Die leben ja auch alle wieder. Warum? Ah ja, stimmt ja. Mensch. Mensch. Das ist doch... Du willst mich doch verarschen, Mensch. Wo kommst du denn jetzt her? Ah. Ah. Ging. Ging. Ging doch. Kleine Titanitscherbe. Schön. Okay. Gibt es hier noch was? Nein. Gibt es hier noch was? Nein. Ah, hier ist der Weg. Hier geht der Weg nach oben. Toll. Hey. Nein. Lass mich raten. Ist der Alibi deres Spawn. Okay. Warum auch immer. Wie kann ich eigentlich parieren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ha. Inception. Okay. Entschuldigung, dass es ein bisschen langweilig ist, aber irgendwie muss ich es ja lernen. Weil das Tutorial... 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 Die Tutorial-Kratzer bringen mir ja nichts. Na gut. Ich habe keinen Sinn ... Das war's. So, wer bist denn du da? Hallo? Blutfleck, wo? Das sind andere Spieler, oder? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, na komm. Ich glaube, das wird lustig. Wohin muss ich eigentlich, was ist mein Ziel? Was ist mein Sinn in dieser Welt eigentlich? Steht da jemand? Hallo? Geh, war ein Gesten-Couch. Hallo? Ich bin pazifistisch. Hallo? Ja gut, das macht mir nix, da will ich ihn auch lieber nicht herausfordern. Ich dachte, er hat sich bewegt. Muss ich gegen den kämpfen? Ich glaube, diese Blutflecke sind andere Spieler, die mal verreckt sind. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Warum sterben die also so leicht? Okay. Oh, es sind ja zwei. Aus dem kommen irgendwelche schwarzen Tentakel raus. Ich weiß nicht ganz. Ich weiß nicht so recht. Ist er gut? Ist er böse? Ich weiß nicht. Was ist das? Ach komm. Ach du Scheiße. Wo kommt der Geist plötzlich her? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hallo? Ist er... Ich trau mich nicht. Er hat irgendwas in seinem Brutkorb stecken. Also noch ein Brutfleck. Ich weiß nicht. Ich schließe. Ich werde entfernen. Aktionen wechseln. Toll. Was ist... Oh, Moment. Y. Was ist Y? Ja. Und? Aktionen wechseln. Was heißt das? Was muss ich drücken? Aktionen wechseln. Was muss ich drücken, um Aktionen zu wechseln? Heißt das wegen dem Brutfleck? Vielleicht... Ach komm. Ja dann... Vielleicht werde ich ja König von England sozusagen. Äh... Da ist... Ist das frisches Blut? Ja und jetzt? Oh! Äh... Kurz... Wie was? Wer ist dieser Brömer? Ich glaube es ist ein... Äh... Ich glaube es ist ein... Ich glaube es ist ein Controller... Was ich mit Tastatur und Maus spiele. Weil... Oh fuck. Okay. Ich habe... Ich habe eine Taktik glaube ich rausbekommen. Lass ihn angreifen wenn er springt. Geh mal das dachte ich mir schon. Ach... Das ist doch ganz einfach. Voll cool eigentlich. Und jetzt... Und abhauen. Ich bin akrobatisch. Ich bin akrobatisch. Ich will dich nicht ärgern. Folge ist vorbei. Aber... Mach ich noch mit. Ich bin akrobatisch. Auf. Au... Mein Fehler. Einschlag mit zwei. Nicht übernötig werden. Ich mach noch genug Schaden. Kann ich den runterschubsen? Nein ich weiß nicht wie man tritt. Was zum Tod? Was? 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 Der Teufel! Was ist denn das einfach? Was ist denn der Teufel? Ist er infiziert? Muss ich ihn heilen? Ups, okay. Hat er Leiden? Okay, wenn er springt, draufhauen. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Hä? Wie soll ich den denn kriegen? Au! Oh! Schlappschwanz! Du bist gestorben! Bucht Elementares Wunder unter Klerikern, erzeugt eine Schockwelle. Das Wunder verursacht zwar keinen direkten Schaden, muss Gegner aber zurück und bla bla bla. Oh! Oh, das ist ein Spawnpunkt! Ja, bis zur nächsten Folge! Ciao! Ciao!